Juhu, hallo Leute, hier sind wir wieder bei Super Mario Galaxy 2 mit dem Table Tennis Gamer. Ja, ich weiß, der Table Tennis Gamer, der ist wieder mal hier. Ja, wir haben alle Kometenmünzen, die wir so far erledigen können, erledigt im letzten Part, alle Gold. Und jetzt geht es daran, die mega, mega sche... Entschuldigung, ich höre noch nichts gesagt. Die mega guten, ruhigen, entspannenden Level dieses Spiels zu... Ja, wie soll man sagen? Ähm, zu entdecken, zu schaffen. Lila, Lila Münzen, natürlich. Weil ich habe ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als die scheiß Lila Münzen auf so einer Kackstrecke zu holen. Oh mein Gott, das wird sehr ordinär werden, so wie ich schätze. Wir werden unseren Spaß zwei Minuten, natürlich, weißt du? Als wenn es schon nicht genug wäre, dass man Lila Münzen sammeln muss in so einem Level. Nein, natürlich nicht. Es wird auch noch ein Zeitlimit veranschlagt. Und ich weiß gerade nicht, ob es... Es gibt 110 Münzen. Dankeschön, Toad. Das hat meine Frage nämlich gleich beantwortet. Aber wie asozial ist das denn bitte? Weißt du, wie schnell man auf so einer Kacke 10 Münzen vergessen hat? Aber wir sind ja auch in der S-Welt, ne? Das muss man ja auch sagen. In der S-Welt gelten ja ein paar andere Gesetze. So. Hier habe ich schon mal zwei vergessen. Ich kann ja jetzt nicht alle mitnehmen. So. Da habe ich noch mal zwei nicht mitgenommen. Das heißt, jetzt darf ich nur noch sechs nicht mitnehmen. Da habe ich wieder welche nicht mitgenommen. Fuck. Ja, Zeit. Lauf doch mal ab. Ne. 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 Jetzt habe ich es verkackt. Ne. Das glaube ich nicht. Ne. Och, Mensch. Ja, komm, verkackt. Kann ich nichts mehr machen. Aber da übe ich wenigstens den Rest nochmal. Ja, ich glaube es doch echt nicht, oder? Guck mal. Es haben ein paar wirklich gefehlt. Hätte ich die scheiß Münzen da oben mitgenommen, ne? Aber das ist von der Zeit her schon knapp jetzt. Also, die kann ich nicht mitnehmen. Fünf Stück fehlen, ne? Ne, ne. Guck mal. Von der Zeit her war das schon knapp jetzt, Leute. Das darf man nicht vergessen. Also, ich muss mich... Ja. Ich muss einfach bei der einen Passage mehr mitnehmen. Da habe ich so gut wie gar keine mitgenommen. Das war Fail. Okay. Dann wollen wir mal ein nächster Versuch. Ey, da hättest du aber auch ruhig mal 120 einbauen können. Mal ganz im Ernst. Ist ja nicht jeder so ein Pro wie ihr. Oh mein Gott. Hier, da habe ich nur zwei vergessen. Jetzt nehme ich sie doch mal fast alle mit. Aber jetzt... Dafür muss ich mich jetzt hier mehr beeilen, ne? So, egal. Ich glaube, ich habe mehr als eben. Vor allem die hier habe ich schon mal. Ja. Oh mein Gott. Ich habe viel mehr als eben. Nice, 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 nice. Okay, Leute. Das können die schaffen. Ja. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Yeah. Geil. Hm, hm, hm. Ja. The Risk. The Risk. The Risiko. The Risiko zahlt sich aus. The Risiko zahlt sich aus. The Risiko zahlt sich aus. Seht ihr das? Yeah. 104. Geil. Da kann sie sich noch ein Eis von kaufen. Die gute Robo putzen, Mann. No, aber Antin. Du hast es geschafft. Yeah. Gib den Stern. Danke, Alte. Dem wollte ich abwöhnen. Danke für den Stern. Dem, 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 Mario. Ach, dankeschön, Mario. Ach, es hat mich herrlich zu sehen, wie du den Stern eingesackt hast, Kollege. Ach, doch. Och, mein Gott, das erfüllt mein Herz wieder voll ohne Trauer. So, 99. 99 Luftballons. Die schweben am Himmel. Oh, nee. Das, das finde ich gar nicht lustig jetzt. Nee. Das Level finde ich nämlich nicht so gut. Und dass da jetzt noch ein Komet hängt, Leute. Oh, mein Gott. Das finde ich gar nicht angenehm. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ihr findet das wahrscheinlich viel angenehmer als ich. Aber ich finde das überhaupt nicht so angenehm. So, dann lass mal hören hier. Ja. Hau mal rein, guter Stern. Boah, nee. Nee, Leute. Nee. Nee. Wisst ihr halt auch so ganz ehrlich? Nee. Aber nee. Will ich aber auch. Nee. Was? Was? Das? Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Warum habe ich den denn jetzt angetippt? Boah, das ist ja mal wieder... Das ist mal wieder so richtig TT-like, ne? Ja. Zurück zur Galaxienkarte, bitte. Ja. Würde ich schon gerne mal machen. Dankeschön. So. Jetzt gehen wir da bitte nochmal rein. Machen das Ganze. Aber korrekt. Und nicht wieder so fail, wie gerade eben. So. Jetzt... Nee, nee. Halt. Jetzt. Warte. Pass auf. Und... Ja. Geht doch. Lila... Ah, Lila Münzen wieder. Obwohl die Lila Münzen... Die... Gehen eigentlich nicht klar. Boah. Fuck. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wirklich. Schnell. Er sagt auch noch schnell. Ah, okay. Da sind keine mehr. So. Ich hoffe zumindest, dass da keine mehr sind. Ich habe hier überhaupt keine Ahnung von der... Wie dreht sich das denn? So. Habe ich jetzt da alle? Keine Ahnung. Ich gehe mal weiter. Oh, 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 oh. Das war knapp. Ich habe überhaupt keine Ahnung, Leute. Ganz im Ernst. Auf jeden Fall ist das Level scheiße. Das kann ich euch sagen. Mag das nicht. Nee. Oh mein Gott. Ah, okay. Hier hat man wenigstens eine kleine... Eine kleine... Absicherung. Jetzt gehen wir mal kurz gucken, ob es hier oben was gibt. Nee, ne. Wundert mich eigentlich, dass sie da sozial genug für waren. Da keine hinzumachen. Da man doch sonst immer so überhaupt nicht sozial ist. Ja, drei Minuten. Jetzt haben wir auf die Uhr geguckt. Gibt dir gleich mal drei Minuten. Jetzt haben wir aber wohl ein bisschen Zeit. Leute, sorry. Ich muss gerade erst mal selber... Selber ein bisschen... So, wo waren jetzt die anderen? Da oben. Da oben? Wie komme ich denn da? Ja, am besten so. So, die drei noch. Aber ich frage mich, wo sollen die anderen sein? Boah, bitte lasst mich das schaffen beim ersten Mal. Bitte, Leute. Betet bitte für mich. Betet für mich. Betet wie Beethoven oder so. Fragt mich nicht was. Aber bitte betet für mich, dass ich das... Na. Du Lacker. Alter, du Lacker Mensch. Das glaube ich nicht. Jetzt kann ich die ganze kacke nochmal machen. Jetzt schaffe ich das erst recht nicht von der Zeit her. Boah, betet für mich, dass ich das trotzdem irgendwie schaffe. Weil ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Ich hasse das einfach so dermaßen. Das Level ist schon wirklich im normalen Zustand. Keins meiner Lieblingsdinger. Ja! Macht die Kamera! Macht die Kamera doch noch beschissener. Alter! Ja! 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 So, warte mal. So. Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Yeah! Nice! Oh mein Gott! Ich hab gedacht, es wär zu Ende. Oh mein Gott! Ich hab gedacht, es wär zu Ende. Da ist er! Dim dim! 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 Geil! Sauber, Leute! Wir haben's geschafft! Ja! Oh mein Gott! Das war auch wieder ein Abenteuer! Egal! Wir haben den Stern geholt! Auch wenn es wirklich, äh... Ja! Recht komisch war! Und 100! Yeah! Congratulations! 100 Sterne! Alles klar! Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute! Vielen Dank fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer! Tschüss! Tschüss!